Da ist der Herr Pucki, gell? Herr Pucki geht jetzt Hunde besuchen. Hallo Paulchen, Paulchen, Paulchen. Ja, Paulchen, ja fein. Magst du auch da wohnen? Ja, Pucki mag lieber da wohnen. Ja, feiner Pucki. Da siehst du, Pucki hat sich ein neues Zimmer gesucht. Ja, Pucki hat sich ein neues Zimmer gesucht. Ja, Achtung, so. Hi. Na ihr? Ja, Tunger, gell? Ja, gleich gibt's was. Gleich gibt's was zum Essen. Ja. Okay, ja Pucki, du kannst auch da wohnen. Auch gut. Hm? Ja. Tun wir da noch einen Korb rein. Ja. Okay. Okay.